www.lipo.ch Mal schauen, was dir alles zu bieten haben. Hm, vielleicht ein neues Sofa, um zu chillen. Oh, oder eine Gartenlounge. Weil momentan nicht zu uns kommst, liefert man dir Sofa, das Gartenlounge und das Boxspringbett gratis. Jetzt verstellen und bis zum 20. April profitieren. Ja, habe ich mich jetzt doch für ein Boxspringbett entschieden.